dann rein in die futterlocke wooo weg was geht warfana time wir sind hier wir haben letzte mal die angefangen ich würde sagen wir gehen aufrecht erstmal in die key 44 ein bisschen spaß haben und dann mal gucken wir haben es nicht mehr geschafft und warfanas abstoß ne, danke für nichts 9er K44 einem Flieger mit 4 nice Gans und einem riesen Sternemotor ja, ein Koppel Teil Texture Pilot jetzt nicht so, auch gut ich hab da so ein Opfer gefunden ne, eine A35 was soll das überhaupt sein? sieht nach Stuka aus auch ruhig bestellt P400 denkt sich dasselbe bye bye jo was gucken wir uns mal den Himmel an da sehe ich eine okay das Bildbeier ist weg Punkt C kann eingenommen werden okay, wohl 200 oh, Team macht hier alles weg Auge behalten gehen wir auf die SB2U2 dann ist sie laut alle ja, ob ich zufliege äh, ob ich mir zukommt warten wir auf Kampf dann rein in die Futterlocke wuhuuu weg mit dem so, jetzt auf die B34 die Futterlocke oh, Junge wird die gefogen ist die Arme bye 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 bin an Höhe gewinnen okay, A und B gehören uns ne, B und C gehören uns so A ist in Gegnerhand B150 brennt ehrenlos einer hinter mir ja, zu weit weg aber Bockewolf ähm ich möchte, dass sie bitte sterben B110 da hinten eigentlich hätte die mich safe killen müssen vor langer Zeit wow, Spitzfire wo, wo, wo kommst du denn her Daxflugmanöver outplayt dem Bruder außer den Kollegen angeschossen okay abflusshilfe hm ich fühl mich grad nicht so gut vorbei mein engine lebt ja noch eigentlich da mit ich dachte, mein engine wär tot das ist halt falsch geduld naja, keine Mutti mehr der ist schwegen kannst du auf die Bomberjagd hier NC 2223 oh, nein was er hat mich mit einem Atom gestriffen frech frech G61 komm ey boba fett ne was lässt du jetzt bitte mal Punkt B auch gut, dann müssen wir gleich wieder PC einnehmen kann's mir hier gar nix Junge ganzes Magazin in ihn rein verfrachtet okay, der muss jetzt so, jetzt Butterlandung zu schnell, ne ist mal runter Butter zerstört wie wir Propeller zu was ach come on muss noch reparieren ja, halbe Minute können wir warten nein, können wir nicht oh man gehört auch gar nix ne okay, reicht jetzt oh Drehungskaliber wird ausgefahren aber man kann auch Punkt C einnehmen und dann wieder direkt verlieren auch gut ja, sind die Dinger laut mit aller wir haben den Flugplatz eingenommen der Feind darf ihn nicht in die Hände bekommen versteht ihr nicht nicht gut ich bin nicht ich bin ich bin nicht ganz entspannt wir verlieren nicht warte mal kurz hier polski kann das so jetzt kommen wir richtig jetzt dabei 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 Yes! Na? Ah, Boba Fett ist zurück. Oh, Jagd 4. Cool. Ja, der ist deutlich schneller als ich. Dann gehen wir auf Boba Fett. Was ist das eigentlich? B-2-3-9 ist es nicht. Hier dieser Typ, der brennt, also. Auch gut. Wir nehmen hier nicht so viele Kills gerade, aber immerhin zweimal den Punkt, der erobert. Gladiator. Das Ziel. Hihi. Jagd 4! Oh, du bist wieder da. Nice. So, jetzt wirst du hier... ...und meinen 6 Browning-Dingern abgeholt. Ja, so. Hier muss ich meinem Mate da helfen. Nein! Pilot tot. Oh, cool. Die andere Kehren 60 könnte mir vielleicht helfen. Was ist das da eigentlich? Wieder, ich... ...nimm das Ding da ein und jetzt kommt da wieder so'n... ...spacke und will das wegnehmen. Och, komme! Was ist das denn jetzt hier? Ah, so NIR-17 tankt das noch ein bisschen. Ich bin gleich da. Ja. Ich kann mich nicht um alle kümmern. Ich kann mich nicht um alle kümmern. Ja. Ja, den Kurvenkampf habe ich. So. So nämlich. Hallo. Wuhu. Yeah. Oh, das war satisfying. Einfach drei Leute hops genommen. Oh. Ich werde treffern. Nein. Nein. Ich habe keine Muni. Ich weiß nicht, was der davor hat. Mit der Notlanden. Was ist da? Wow. Nein. Mano. Warum bin ich denn tot eigentlich? Ja. Noch habe ich ihn. Ich habe ihn noch. Hehehe. Zero time. Dann haben wir noch einen Gutschein für den. Ah, wir verlieren das schon wieder. Mann. Ich will nie und nie. Was ist das denn eigentlich? Ähm. Das muss weg. Scheiße. Aber per... Irgendwann, es fehlt noch ein Kill, es zählen wieder. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Lassen like, lassen, kommentare, Abo. Wer auch, äh, ihren voll. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Ui. Halt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wee. Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020